Ich bin Agnes von Luther. Ich arbeite bei der Stadt Thun im Alkoholhof in der Fachsteinfamilie. Und ich darf den Preisverantwortung für offene Kinder und Blühmarbeit machen. Was ist genau das Ziel dieses Angebots? Wir waren heute hier in der Tagesschau des TESCHU, um die Meinung der Kinder einzuführen. Weil wir daran sind, ein Kinder- und Jugendleitbild zu erarbeiten. Und das machen wir nicht bei uns im stillen Kämmerli oder im Büro, sondern bei uns in der Stadt. Wir wollen mit den Kindern reden, mit den Jugendlichen, mit Eltern und Erwachsenen reden, mit Fachpersonen, die uns helfen herauszufinden. Das ist wirklich wichtig, das ist zentral für die Kinder- und Jugendpolitik hier in der Stadt Thun. Und warum waren wir heute lieber bei den Kindern, um ihre Stimmen abzuholen. Genau. Findet der Workshop hier zum ersten Mal statt? Hier im Peschl tatsächlich zum ersten Mal. Und noch zum letzten Mal. Also wir sind eigentlich hier im Peschl. Aber gestern haben wir schon im Tagesschau-Martinspark gehen. Und haben den gleichen Workshop oder die irgendwelche Werkstatt bei den Kindern auch schon machen dürfen. Noch etwas zu eurer Person. Wie seid ihr dazu gekommen, das Angebot hier zu leiten? Wir haben eigentlich den Puls daran, dass wir standen werden, das Kinder- und Jugendleitbild zu erarbeiten. Das ist nicht etwas, also wir freuen uns natürlich sehr, dass wir den Auftrag dürfen, dass wir an dem arbeiten dürfen. Und unser Anspruch war, dass wir ein Kind Jugendleit dort partizipativ erarbeiten. Und uns schon erwähnt, nicht einfach uns gute Ideen auszudenken, die dann vielleicht gar nicht mit dem Bedarf oder den Bedürfnissen aus der Bevölkerung zu tun. Was macht euch hier am meisten Spass, bei so einem Angebot zu leiten? Am meisten Spass macht mir, dass wir zu den Kindern gehen können, dass wir zu den Leuten gehen können, dass wir ihre Stimmen abholen können. Was wirklich auch Spass macht, ist, dass wir am Morgen nie wissen, was wir am Abend erfahren haben. Also es ist unglaublich ergebnisoffen, dass man hierher gehen kann. Und darum, es ist immer, ja, man kann nicht an neue Dinge sehen und man wird immer überrascht. Es ist eigentlich auch immer sehr lustig, das kann man schon so sagen. Genau, es kommen die wildesten Ideen und die lustigsten Gedanken. Und das vielleicht auch nicht mehr. Es muss ein bisschen das Lachen und ein Trieb mit den Ballen sein. Merci vielmals für das Interview. Bis zum nächsten Mal.